Und ich warte, und ich warte. Das Warten hat ein Ende. Endlich sind sie da, die brandneuen Spongebob-Folgen. Der Schwamm hat jede Menge neuer Tricks parat. Und so gibt es nur noch eins zu sagen. Ich bin bereit. Spongebob Schwammkopf, die brandneuen Folgen. Ab dem 28. November, immer Montag bis Freitag um 16.10 Uhr. Nur bei Nickelodeon.